Seit meinem sechsten Lebensjahr gehe ich hier hin. Hier muss man sein. Und wir wollen mal hoffen, dass wir diese Saison mehr erreichen. Was bedeutet Schalke für Sie? Das ist mein Schwager, der Gleiche. Religion. Eine Religion. Wir waren letztens zu Einkaufen und hat da Bayern-Bonbons bekommen von der Kassiererin. Der hat die nicht angenommen. Schalke ist Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Ich bin eigentlich FC Twente, muss ich ehrlich sagen. Ich komme aus Holland. Also, ja, FC Twente, ich bin gebürtige Entschädte. Also, FC Twente, aber ja, Schalke passt ja zu Twente. Schalke ist mein Leben, das schon über 15 Jahre. Ohne Schalke geht gar nichts. Was ist für euch Schalke? Alles. Das ist Schalke. Der kommt nicht aus Schalke. Du hast nicht gefragt, was Schalke heißt. Schalke ist echte Liebe, muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Ey, das darfst du aber nicht sagen. Echte Liebe ist ja, ich bitte dich. Na ja, okay, man kann das nicht. Nein, ich suche das jetzt mit meinem Herzen aus. Eine wahre Liebe, okay? Entschuldigung. Euch trotzdem noch einen schönen Tag. Danke. 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 Danke.